Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squadbuilding Challenge, wir haben uns vorhin schon um die Mesut Özil Squadbuilding Challenge gekümmert. Und jetzt geht es um die Foot09 SBC, die wollen wir heute gemeinsam zweimal angreifen, einmal auf dem SBC Account und einmal auf dem Hauptaccount. Es gibt heute ein 50k Set zurück, das ganze untradeable und die SBC selber ist zwei Tage verbleibend. Falls ihr generell zum Foot Birthday oder Foot Geburtstag keine weitere Squadbuilding Challenge mehr verpassen wollt, kann ich euch schon mal eins an die Hand legen und zwar gerne ein Abo dazulassen. Ja, folgt uns gerne auch auf Twitch, denn da werde ich nachher auch noch live gehen, gegen 23 Uhr. Falls ihr also keinen weiteren Content mehr in Bezug auf den Foot Birthday verpassen wollt, lasst hier gerne ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren, so verpasst ihr keinen weiteren Content. Ja und falls euch das Video heute wieder gefällt, könnt ihr gerne das Video supporten mit einem Daumen nach oben, 300 Likes, gebe ich heute wieder als Ziel raus. Nach oben hin ist natürlich keine Grenze gesetzt und damit würde ich sagen, starten wir rein. Gegen 23 Uhr wird es also einen Livestream noch bei Twitch geben, schaltet da gerne rein, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ja und somit würde ich sagen, starten wir rein. Es ist eine zwei Wochen lange Promo, die hier auf jeden Fall mindestens läuft. Und wie gesagt, vorhin haben wir uns schon um die Mesut Löse SBC gekümmert, könnt ihr oben rechts einmal abchecken. Ja und dann seht ihr es da auf der rechten Seite die Foot 09 SBC, da heißt es einmal, feiere den Foot Geburtstag und baue ein Team um diesen zeitlosen Foot 09 Spieler auf. Zwei Tage ist das Ganze verbleibend und wie gesagt, ein 50k Set, ein seltenes Spielerpack an Schwellenbild. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was hatte ihr in eurem Pack drin, hat ihr Gepäcklack, ja oder nein? Gerda mit in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Ja und rechts davon haben wir noch eine Foot Geburtstagstrikot SBC, wenn ihr euch das Trikot anspricht, macht die SBC, sonst lasst die Finger halt weg davon. Sechs Tage ist die verbleibend, die können wir von den Favoriten auf jeden Fall wieder rausballern. Aber das waren auf jeden Fall die drei Squad Building Challenges, die rausgekommen sind an Tag 1 vom Foot Birthday. Ein erstes Team ist draußen, insofern hoffen wir natürlich gleich auf Packlack im 50k Set 2 für dieses Video. Und schauen wir auf jeden Fall Hashtag Packlack in die Kommentare. Daumen drücken Jungs und insofern hoffen, dass wir auf jeden Fall einen Foot Birthday Spieler ziehen können. Wir schauen uns die SBC an, ihr wisst bescheid, ich möchte euch heute wieder eine günstige, billige Lösung zeigen für dieses Squad Building Challenge. Kurz zum Preis, sie kostet ungefähr 7.000, 8.000, 9.000 Münzen, je nachdem wie viele ihr im Verein habt. Aber an sich könnt ihr das Ganze ganz komplett aus eurem Verein machen, und zwar sieht es wie folgt aus. Wir müssen abgeben, liegen maximal 3. Wir müssen abgeben, Spiele aus derselben Liga maximal 6. Spiele aus derselben Liga maximal 3. Selten mindestens 3, 5 Spieler, und wir müssen mindestens 76er Rating erreichen. Die Teamschmie beträgt nur mindestens 85, und wir haben einen Block, wie ihr sehen könnt, vorne hier drin, Norwegen, Ashton Villa und Agbondauer dürfte das auf jeden Fall sein, der hier auf jeden Fall quasi als Block gewertet wird. Ja, heißt, wir müssen auch nur 10 Spiele abgeben, heißt fürs Rating, wir müssen natürlich den Block mit einberechnen. Aber durch die Voraussetzungen, Spiele aus derselben Liga maximal 6, ist das eigentlich ganz einfach. Und zwar geht ihr einfach vorne hier in die Premier League, wenn ihr Bock drauf habt, und werdet einfach 6 Premier League Spieler, sowohl im Mittelfeld als auch im Sturm noch hier, dann verwenden und unten in der Innenverteidigung, aber auch bei den Torhütern geht ihr dann in eine separate zweite Liga rein. Ja, und das ist eigentlich das Ganze, was ihr machen müsst. In meinem Beispiel werden wir jetzt in die Serie A gehen und vorne hin in die Premier League. Dafür gehen wir erstmal rein, und zwar in die Premier League, und gucken, was wir da für Spiele am Start haben. Ihr geht bei euch in eurem Verein und guckt, was ihr da für Spiele am Start habt. Ihr könnt das Ganze natürlich gleich auch wieder 1 zu 1 nachbauen. Ihr wisst bescheid, ich zeige euch da immer Lösungen, die könnt ihr 1 zu 1 nachbauen. Aber es ist, wie gesagt, kein Muss. Es ist kein Muss, diese SPC 1 zu 1 nachzubauen. Es ist ein Kann, aber kein Muss. Und ich weiß aber, dass die ein oder anderen immer gerne auch eine Lösung haben, die man dann wirklich 1 zu 1 so kopieren kann. Und deshalb mache ich das für euch. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, wie gesagt, supportet das Video einfach. Und ihr seht ja, die SPC geht zwei Tage, und danach geht es ja natürlich auch direkt wieder weiter. Ja, und dann wird es die wahrscheinlich FUT10 SPC geben. Ich weiß es nicht, wie das Ganze weiterläuft. Auf jeden Fall gucken wir jetzt noch, dass wir den Igano. Ich glaube, er dürfte reichen vom Rating her. Und dann dürften wir es reichen, wenn wir Cater hier als RM reinstellen für die ZM-Position. So, und dann gehen wir in die Innenverteidigung. Und da gehen wir, wie gesagt, in die zweite Liga rein. Ob das jetzt, wie bei mir im Beispiel die Serie A ist, oder bei euch die Spanische Liga, oder was auch immer, das ist komplett egal. Wir geben auf jeden Fall ab einen ISO. Dann geben wir ab einen Mancini und einen GG. Ja, und in der Torwart-Position gehen wir wieder in Italiener ab, und zwar Seppe. Den haben wir ja als Goldkarte am Start. Wir switchen kurz noch die Seiten. Und so dürften wir das Ganze auf jeden Fall eins zu eins nachbauen. Ist es so richtig? So ist es auf jeden Fall. Ich glaube, die beiden switchen wir noch. Lass mich nochmal kurz gucken. Ich bin auf jeden Fall gleich wieder zurück. Ah, da war es schon auch direkt. Also, wir haben es hier ISO einmal getauscht mit GG. Und dann haben wir die 92er Team-Schmie, die wir hier brauchen. Denn wir haben, wie folgt, folgendes hier am Start. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erstbesitzer am Start. Das heißt, wenn ihr das Ganze eins zu eins nachbauen würdet, kommt ihr exakt auf diese 85 Team-Schmie. Deshalb war es mir wichtig, diese drei Chemie-Punkte auch noch rauszuholen. Und wie gesagt, ihr könnt hier vorne reinstellen, auch Stürmer. Ihr seht jetzt zum Beispiel, 6 Team-Schmie bekommt ihr dieser Igalo. Ist für mich Erstbesitzer. Und ja, rechter Stürmer Deo Lefeo. Passt natürlich hier perfekt rein. Aber auch ein ZM-Cater reicht hier von der Chemie heraus. Also ihr seht, da könnt ihr auf jeden Fall einige ein bisschen Out-of-Position stellen, wenn man das so möchte. Aber sonst vom Prinzip her, wie gesagt, dürft ihr euch jetzt klar sein, unten in eine Liga gehen und oben in die Premier League. So, gehen wir das Ganze kurz durch. Wir haben am Start einen Seppel. Dann haben wir Mancini am Start. Wir haben ISO am Start. Wir haben JJ am Start. Wir haben Cater. Außerdem ein Gallo-Bar. Dann haben wir Matic. Wir haben ein Cesenior. Und vorne im Sturm dann Deo Lefeo und Igalo. Ja, das ist auf jeden Fall der Squad, den wir hier abgeben. Wie ich finde, eine simple Squad-Bending-Challenge. Und eigentlich ein 50k-Set wirklich for free. Gerade jetzt zum Food Birthday. Eine richtig geile Squad-Bending-Challenge direkt zum Start. Eine kleine Puzzle-SPC mit einem 50k-Set. Das ist wirklich nicht normal. Und insofern müssen wir das auf jeden Fall mitnehmen und auf unser Packlack hoffen. Ich habe auch sogar noch von gestern dieses Set aufbewahrt. Da waren die 283-Plus-Spieler drin. Deshalb haben wir uns hier gestern nicht gekümmert. Deshalb machen wir das jetzt erstmal als erstes auf. Und hoffen dann auf Packlack im 50k-Set. Also, und dann gehen wir natürlich gleich auch noch rüber auf den... Oh mein Gott, was ist das denn bitte für eine Animation, Jungs. Was ist denn da bitte los? Rechtsverteidiger ist Wirt. Cesar Aspilicueta. 84er Cesar Aspilicueta. Lange nicht mehr gezogen. Was waren es? Drei 283-Plus-Spieler. Also hoffentlich sind es zwei 84er. Mal gucken, was es wird. 83er Andersson Zaliska und Aspilicueta. Auch die natürlich untradeable. Aber preis natürlich hier so ein Aspilicueta. Auch wegen der SPC von Özil. Natürlich jetzt auch nochmal hochgegangen. Ja, und jetzt das 50k-Set. Richtig geile Animation, Jungs. Pack-Animation ist auf jeden Fall on point, würde ich sagen. Passend zum Thema direkt hier am Start. Alter, sieht das geil aus mit den Luftballons auch noch auf den Seiten. Und es wird ein... Ah, leider nur ein Wandspieler im ersten 50k-Set. Komm schon, Torwart. Ah, Sirigo. Moin. Da muss ich aber ganz, ganz dringend los. Da muss ich aber ganz, ganz dringend los. Ähm, ja. Ist jetzt so. Nehmen wir so mit. Und damit würde ich sagen, springen wir rüber. Und zwar auf den Haupt-Account. Und gucken mal, was wir hier noch sonst am Start haben. Immerhin zwei 84er mit Sirigo und Martínez. Sogar drei mit Winaldom auch noch am Start. Das ist mal gar nicht so schlecht. Abraham noch als UCL-Karte. Ja, so ein ganz schlechtes 50k-Set ist es nicht mit drei 84ern. Aber wir gucken mal, was wir jetzt auf dem Haupt-Account ziehen. Mal schauen. So, und da springen wir rein in die Foot-09-SPC. Und gucken jetzt erstmal, was wir für Premier League-Spieler natürlich am Start haben. Und gucken, dass wir das Ganze auf jeden Fall so gut wie möglich und so schnell wie möglich gelöst bekommen. Gehen wir erstmal rein in den Sturm. Und gucken, was wir da für Spieler theoretisch am Start haben. Nicht wirklich viele, aber vielleicht reicht es ja auch aus. Wir gucken vom Rating mal her. Vielleicht so ein Saar als Mittelstürmer habe ich kein Problem mit denen abzugeben. Wir gucken im Mittelfeld direkt mal nach, wie wir da so alles haben. Ihr habt es gesehen, ich habe den Inform von Saar Maximau theoretisch auch am Start. Also da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten. CISOKO hätte ich jetzt theoretisch auch kein Problem. Ich habe 37 Sets hier schon aufgespart. Da wird es übrigens morgen ein Pack-Opany geben. Also zumindest auf jeden Fall als ersten Upload. Wir schauen mal im Stream auch gemeinsam noch, was wir vielleicht machen für ein Video als ersten Upload morgen früh. Und dann wird es da auf jeden Fall noch nähere Informationen geben. Aber morgen auf jeden Fall der erste Upload wird auf jeden Fall richtig heftig werden. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und jetzt müssen wir noch zwei Seltene mindestens dabei haben, wie ich sehe. Und da gehen wir, keine Ahnung, wir gucken mal, was wir für Innenverteidiger am Start haben. Ich bin mir da gar nicht so genau sicher. Wir stellen mal ein Gold- und Innenverteidiger. Und gucken, was wir so schönes haben. Also ich habe mir wirklich lange keine Packs mehr geöffnet auf dem Hauptaccount. Das kommt halt dazu. Aber ich denke trotzdem, hier mit der Bundesliga sind wir doch gar nicht so schlecht beraten, oder Jungs? Sind wir doch gar nicht so schlecht beraten, wenn ich das hier gerade so mal so sehe. Mit Moisander. Dann haben wir noch einen Zagadou, der auch zu Sisoko linkt. Also gar nicht mal so schlecht. Und dann noch Torhüter. Da dürften wir auf jeden Fall auch einen in der Bundesliga finden. Und haben dann hier, wie gesagt, ganz entspannt dieses 50k-Set untradable mitgenommen. Gucken wir mal, was mit Mvogo ist als Goldkarte. Ja, uns fehlt ein bisschen an Teamchemie, wie wir hier sehen können. Und wie können wir das Ganze bekommen? Das ist hier die große Frage. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich die ZMs mal eben tauschen. Da dürfte es auf jeden Fall von der Chemie hier eigentlich reichen. Wir gucken uns das Ganze eben mal kurz an. Und zwar, wenn wir diese beiden hier switchen. Jawohl, genau. 86er Teamchemie. Der England-Link hilft auf jeden Fall weiter. Und damit gehen wir das ab. Das Ganze könnt ihr jetzt nicht einsatznachbauen. Ihr seht, das sind alles Erstbesitzer. Ganz, ganz wichtig hier zu erwähnen. Aber ihr seht, wenn ihr komplett Spieler aus eurem Verein nehmt, geht das Ganze auch so mit dem gleichen Prinzip. Also, ganz, ganz wichtig zu wissen. 50k-Set Nr. 2 für das Video. Und damit schickt man das Ganze ab. Foot 09 SPC. Mal gucken, was in zwei Tagen kommt. Dann logischerweise eigentlich die Foot 10 SPC. Und das dann über zwei Wochen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Alle zwei Tage diese Pulser SPC. Ich hoffe, ich werde immer passend dazu ein Video machen. Ist auf jeden Fall mein Plan. Wie das Ganze dann läuft, werdet ihr weiterhin sehen. Und ihr seht, 38 Sets jetzt hier am Start. Ich glaube, wir gucken mal gerade. Auf jeden Fall habe ich einen seltenen Spieler-Pack am Start. Da ist eins. Ob das jetzt das Untradable-Pack ist? Keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal das hintere Set aufmachen. In der Hoffnung, das ist das Untradable-Pack. Ich glaube, alle drei sind untradable. Egal. Wir machen es auf. Seltene Spieler-Pack. 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. 50 K-Set. Yay. Hau was raus. Wo ist der von Birthday-Spieler? Das wird noch nicht mal eine Wand. Das wird noch nicht mal eine Wand. Es wird ein UCL-Spieler. Ach du heilige Neune. Zapata. Also immerhin ein UCL-Spieler, aber es wird noch nicht mal eine Wand. Also ganz ehrlich, auf dem Haupt-Account die 50 K-Set von den Weekend League Rewards usw. Alter, die sind doch geriggt. Das ist doch irgendwas los mit den 50 K-Sets. Jedes Mal, wenn ich hier auf dem Haupt-Account 50 K-Sets ziehe, sieht das exakt so aus, wenn nicht sogar noch schlechter. Corona ist auch am Start. Ei, ei, ei. Akinfaev kommt auf die Transferliste und damit soll es das gewesen sein mit meinen beiden 50 K-Sets. Eure Meinung könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich hoffe, ihr hattet mehr Packlack. Schlechter geht eigentlich gar nicht. Ja, und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder morgen dann oder gleich schon um 23 Uhr, wie gesagt, bei Twitch und morgen dann sowieso wieder bei YouTube. Insofern reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.